Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Wir haben hier die Spannbetonbrücken links Gleis 1 und rechts Gleis 23 im Blick, BA 11 und direkt unter uns BA 11 Süd. Hier wird am Bahnsteig gearbeitet. Armierung ist offensichtlich fertig, Markierungen sind dran, Schalungen sind dran. Ich schätze, der wird bald ausgegossen. Und jetzt nochmal im Detail zu den Spannbetonbrücken, also Gleis 1. Da bekommt die Schalung die letzten Verspannungen. Und Gleis 2, 3. Sieht im niedrigen Bereich auch schon sehr gut aus. Jetzt geht es aber noch ein bisschen ins Volumen, in die Höhe. Schalung. Bei der Gelegenheit gehen wir nochmal rüber. Blick Richtung Süden, direkt bei uns R5, jetzt unter der Plane, und hier rechts die Galeriestütze für K21, Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung, Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung. Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung, Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung. Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung, Schwindgasse D6, Feinschliff an der Schalung. Schwindgasse D5, Feinschliff an der Schalung. nutzt, um in der Mittagspause der Baustelle zu filmen, ist nicht so viel los, macht aber nichts, dann hält man wenigstens nicht jedem die Kamera ins Gesicht. Jetzt noch ein Blick in Wohnarztbau, links sind die Stahlpläger jetzt auch montiert fürs Gerüst. Oh no. Da schauen wir uns gleich noch mal von außen an. Da gehen wir noch mal zurück. Da gehen wir noch mal zurück. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!